April kennt Daryl, weil er ihre Fotos abzeichnet. Allein, dass er sich so viel Zeit nimmt, um mich zu zeichnen. Du bist seine Muse. Sagt er auch. Kennst du seine Stimme? Hast du ihn gesehen? Nein. Suchen wir zuerst mal sein Profil. Das stinkt. Was geht hier ab? Ich dreh gleich durch. Oh nein. Was machst du? Ich habe dieses Teil da gefunden und dachte, das passt ganz gut zu mir. Was ist das? Ein Stuhl für Leute mit Rückenschmerzen. Der verbessert die Haltung. Ich probiere das mal aus. Das sieht eher aus wie ein komischer Schlitten. Okay. Während du deine Frühstücksbowl genießt, check ich mal unser Postfach. Gut. April hat geschrieben. Mit Y. Sie fragt, lügt er mich seit vier Jahren an? Bestimmt. Ich heiße April, bin 22 und in Montreal zu Hause. Unser erster Fall aus Kanada. Cool. Es geht um Daryl. Guck mal die Schreibweise. Ihre Namen enden mit denselben Buchstaben. Ist doch verrückt. Schicksal. Er wohnt in Ohio und ist ein begnadeter Künstler. Vor vier Jahren hat er mir auf Instagram eine Zeichnung eines meiner Bilder geschickt. Erst waren wir nur Freunde, aber seit einem Jahr ist mir klar, dass ich mehr will. So habe ich noch nie jemanden kennengelernt und keiner schreibt mir so liebe Nachrichten. Durch seine Zeichnungen fühle ich mich wirklich wahrgenommen. Er gibt mir ein ganz neues Selbstvertrauen und macht mich glücklich. Es gab keinen Grund, misstrauisch zu sein. Im Gegenteil. Doch seit ein paar Monaten passieren komische Dinge. Erst bekam ich eine seltsame Nachricht von Daryls Schwester, von der er sagte, ich solle sie ignorieren. Dann war sein Profil plötzlich weg. Und wieder da. Er meinte später, er hätte eine Weile untertauchen müssen, sagte aber nicht warum. Knast? Das macht mich alles sehr nervös. Denn ich habe oft kein Glück mit Männern und er ist meine ganz große Hoffnung. Danke für eure Hilfe. Ich bleibe bei meiner ersten Vermutung und sage, dass Daryl im Gefängnis sitzt. Ach Quatsch. Doch, auch im Gefängnis gibt es Stift und Papier für Zeichnungen. Man hat sogar Zugang zu sozialen Medien wie Instagram. Schreiben wir ihr. Es ist schon ewig her, dass ich eine internationalen Nummer gemessagt habe. Nee, von Catfish hier. Wir wollen dir gern helfen. Das ist der Zoom-Link. April, April, macht was sie will. Hello! Hey! Willkommen! Du siehst toll aus. Deine Tattoos mag ich. Danke. Was machst du so? Ich arbeite fulltime. Als was? Ich leite eine Art Minimarkt, einen Dépaneur, wie man auf Französisch sagt. Dépaneur. Mein Französisch ist ein Malheur. Gut. In deiner Mail hast du dich recht kurz gefasst. Würdest du uns ein paar mehr Details erzählen? Also, Daryl hat mich zuerst über Instagram kontaktiert. Er war ganz anders als andere Männer, die mir schreiben. Sehr nett und nicht so direkt. Außerdem hat er eins meiner Selfies abgezeichnet. Das war schon süß, aber auch irgendwie etwas unheimlich. Ich kannte ihn ja nicht. Weißt du, wie er dich gefunden hat? Nein, aber in den ersten beiden Jahren haben wir auch nicht so viel geschrieben. Ich habe was gepostet und wenn es ihm gefiel, hat er es gezeichnet und mir geschickt. Das fand ich natürlich schon ganz toll. Richtig näher gekommen sind wir uns erst letztes Jahr. Und jetzt schreiben wir uns täglich. Wie viele Zeichnungen hat er von dir gemacht? Vielleicht so 10, 15. Mittlerweile schicke ich ihm meine Lieblings-Selfies und er zeichnet sie für mich. Du bist seine Muse. Genau das sagt er auch. Wie Jack und Rose, was? Zeichne mich wie ein Mädchen aus Frankreich. Gab es auch Nacktbilder? Ich habe ihm selbst nie eins geschickt, aber er hat mich bei OnlyFans abonniert. Insofern. Und hat er? Er hat. Schickt er solche Fotos von sich? Nein. Interessant. Facetimt ihr? Nein, ich habe ihn gefragt, aber dann wechselt er irgendwie das Thema. Ich habe das Gefühl, wenn ich ihn dazu sehr unter Druck setze, könnte er wieder verschwinden. Er hat ja schon mal seinen Account gelöscht. Das ist ein heikles Thema. Das deaktivierte Profil. Was war da los? Vor ein paar Wochen wollte ich seine Seite aufrufen, aber sie war nicht mehr online. Und jetzt? Ist sie wieder online. Er brauchte angeblich einen Social Media Detox. Okay. Kann ja durchaus sein, aber konntet ihr euch nicht so schreiben? Nur per Insta-Messages. Hast du seine Nummer? Nein. Kommuniziert ihr nur über Webplattformen? Ja. Kennst du seine Stimme? Hast du ihn gesehen? Nein. Hoppla. Das heißt Stopp. Ja, ich weiß. Das ist definitiv verdächtig. Und was war das mit dieser Nachricht, die du von einer Frau bekommen hast? Und Daryl meinte, die solltest du ignorieren. Wie war das noch? Ich bekam eine Direktnachricht von jemandem, den ich nicht kannte. Im Prinzip war es nur ein Link. Da habe ich draufgeklickt und landete auf der Seite einer Facebook-Gruppe. Und unter den Mitgliedern der Gruppe fand ich Daryl. Als ich ihn drauf ansprach, meinte er, das wäre seine Schwester und ich solle sie ignorieren. Hattest du mit der Schwester danach Kontakt? Nein. Schräg. Hat Daryl Bilder von sich auf Instagram? Ja. Ich suche sein Profil. Wie heißt er? Such Daryl Archo. Richtig? Ja. Das ist er? Ja. Er passt in mein Beuteschema. Was ist das? Mein Dad war in der Zeitung. Moment mal, das ist sein Vater? Angeblich. Vor einer Woche. Ja. Bist du das? Ja. Oh, wow. Ich werde rot. Und das? Das bin ich nicht. Macht dich das eifersüchtig? Ja, irgendwie schon. Immerhin bin ich ja seine Muse. Das Verhältnis der Anzahl der Abonnenten zu abonniert ist glaubwürdig. Die ganze Seite eigentlich. Das wäre ein sehr überzeugender Catfish. Sehr verwirrend. Allerdings. Warum Daryl? Über mangelndes Interesse musst du dich sicher nicht beklagen. Was ist an ihm so besonders? Er ist einfach anders als die anderen. Es gibt sonst keinen Mann, den wirklich interessiert, wie es mir geht. Er ist dazu auch immer da, wenn ich ihn brauche. Und dass er sich so viel Zeit nimmt, um mich zu zeichnen, obwohl wir uns noch nie getroffen haben, das ist doch der Hammer. Er sagt immer, würde ich in seiner Nähe wohnen, wären wir schon zusammen. Triffst du dich wegen Daryl momentan nicht mit anderen Männern? Ja, das stimmt. Ich würde mir wünschen, dass es mit Daryl was wird und wir den nächsten Schritt wagen. Aber dazu muss ich wissen, ob er das auch will oder ob ich ihn vergessen muss. Ohne Telefonnummer ist das nicht so leicht. Aber wir haben sein Insta-Profil und das Bild seines Vaters. Schick uns alles, was du weißt, und wir tun unser Bestes, um euch zusammenzubringen. Klingt gut. Bis später. Danke. Ist die lieb. Glaubst du, er ist echt? Ich weiß nicht. Er könnte einfach ein mieser Typ sein, der mehrere Mädels mit seiner Kunst am Haken hat, die er dann zeichnet und ihm immer wieder sexy Fotos schicken. Vielleicht will er einfach nichts Festes. Ganz genau. So kommt es mir vor. Aber vielleicht gibt es ja doch noch eine Chance für die beiden. Und wenn er nicht echt ist, muss April das wissen, damit sie nicht verletzt wird. Genau. Ich habe auch das Gefühl, dass April nicht die Einzige ist. Nach vier Jahren verdient sie die Wahrheit. Nach vier Jahren verdient sie die Wahrheit. Und sie von dem sehr gelungenen Werk geschmeichelt war. Seit etwa einem Jahr würde April durchaus mehr wollen, aber Daryl verhält sich merkwürdig. Zum Beispiel hat sie seine Nummer nicht, sodass sie sich nur bei Instagram und Onlyfans schreiben können. Ich sage, er ist im Knast. Oder ein Player und sollte im Knast sein. Ich bleib dabei. Hier ist die Mail von April mit den Infos zu Daryl. Und ein Screenshot der Nachricht von seiner Schwester. Sein Insta-Profil kennen wir schon. Seinen Dad auch. Das finde ich besonders speziell. Wir hatten noch nie einen Catfish, der einen Zeitungsartikel über seinen Vater gepostet hat. Ja. Sehen wir uns Daryls Insta-Seite an. Ein Video. Das ist April. Ja. Nach meiner Einschätzung kann man so ein Video nur machen, wenn die Zeichnung wirklich vor einem liegt. Und wenn die Bilder nicht von ihm sind, bezahlt er jemanden dafür, sie zu zeichnen? Auf mich wirkt dieses Profil ziemlich echt. Wer auch immer dahinter steckt, scheint wirklich der Urheber dieser Zeichnungen zu sein. Und wenn wir davon ausgehen, ist das sein Vater. Danny... Ich google den mal. Ist das sein Facebook? Ja, das ist seine Seite. Dann sind er und Daryl doch bestimmt befreundet. Stimmt. Daryl? Boom! Also ist er doch bei Facebook. Das weiß April aber nicht. Die Fotos sind ähnlich wie bei Instagram, aber Zeichnungen von April sehe ich hier nicht. Na bitte, was habe ich gesagt? Das ist so ein richtig stumpfes Player-Gelaber. Auf Facebook kommt er tatsächlich so rüber. Und das Profil existiert schon länger. Es gibt eine Menge Interaktion mit anderen Leuten. Das scheint er wirklich zu sein. Jetzt bin ich besorgt. Denn es sieht so aus, als würde er April nicht so sehr mögen, wie sie ihn. Ja. Und jetzt? Wir sollten ihm einfach schreiben. Spricht doch nichts dagegen. Gut. Aber ich würde April nicht erwähnen, falls es wirklich mehrere Frauen gibt. Schreib ihm ganz allgemein. Wir arbeiten gerade an einem Fall und könnten deine Hilfe brauchen. Jeder hilft doch gern. Ich schicke das auch an sein Facebook-Profil. Und jetzt? Ich weiß nicht, was wir noch tun könnten. Ach, Moment mal. Da gab es doch noch diese ominöse Nachricht von Candace, seiner Schwester. Sie hatte April den Link zu einer Facebook-Gruppe geschickt. Die sehen wir uns mal an. Du bist nicht allein. Hier kannst du ganz offen und ohne Angst über deine Gefühle reden. Die Beiträge stammen alle von dieser Candace. Es soll aber wohl so eine Art Selbsthilfe-Gruppe sein. Checken wir ihr Profil. Hier scheint nicht viel los zu sein. Mit Moji-Bastler finde ich suspekt. Der Link kam als Message von ihrer Insta-Seite. Checken wir die mal. Da ist sie. Hey, da zeichnet jemand. Das ist Daryl. Sie kennen sich. Vielleicht hat sie den Link einfach an alle Follower von Daryl geschickt. Wow! Ah! Er hat geantwortet. Danke, dass du dich meldest. Ich bin nervös. Er schreibt. Bitte. Oh nein! Es ist seine Schwester. Und antwortet für ihn. Könntest du gerade mit uns zoomen? Jump in a Zoom. Ja! Oh Mann, jetzt wird's aber richtig spannend. Hey! Hi! Hallo! Hi! Candace! Du bist Daryls Schwester? Ja, das stimmt. Alles klar. Warum bist du auf Daryls Seite eingeloggt? Weil ich mich um den finanziellen Aspekt seiner Kunst kümmere. Aha! Wird er oft über Insta gebucht? Ja. Okay. Kommunizierst du da nur mit Kunden oder auch mit anderen Leuten? Nein, ich mach nur die Geldsachen. Okay. Wo ist Daryl? Er ist bei der Arbeit. Es geht um Folgendes. Eine bezaubernde junge Frau namens April würde ihn sehr gern endlich einmal treffen. Aber er will weder Videochatten noch telefonieren. Ist das typisch für ihn? Er kann manchmal schon etwas seltsam sein. Hast du eine Beziehung? Nein. Okay. Candace, die einzige Reise, die wir wissen eigentlich nur von dir, weil diese April bei Instagram eine Direktnachricht von dir mit einem Link zu deiner Facebook-Selbsthilfe-Gruppe bekommen hat. Nein. Wie, nein? Ihr seid es gehackt worden. Oh. Aber diese Du-bist-nicht-allein-Gruppe ist schon von dir. Ja. Aber du hast keine Links dazu über Instagram verschickt? Nicht, dass ich mich erinnern könnte. Sehr seltsam. Du verstehst sicher, dass es auf uns jetzt so wirkt, als wärst du die Person mit der April seit vier Jahren chattet. Nein. Das bin nicht ich. Okay, wenn das so ist, dann... Was? Bist du noch da? Kommt sie zurück, oder wie? Was geht denn hier ab? Wo ist sie? Oh, sie schreibt. Zoom ist abgestürzt. Haku leer? Und dass sie mit Daryl spricht. Sie kommt nicht zurück? Irgendwas stimmt hier nicht. Vielleicht hat sie ja ein Insta-Profil für Daryl angelegt und er hat keinen Schimmer davon. Das wäre möglich. Vielleicht sucht Candice die Musen aus und lässt sie von ihm zeichnen. Und weil Candice dahinter steckt, hat April auch nie mit Daryl telefoniert. Sie muss es sein. Das wird April nicht gefallen. Da ist sie schon. Das war wirklich sehr spannend. Allem Anschein nach ist Daryl wirklich Künstler und der Mann auf den Fotos. Aber die Sache ist verzwickt, weil nicht Daryl auf unsere Nachricht geantwortet hat, sondern Candice, seine Schwester. Wie April das wohl findet. Fragen wir sie einfach. Ich sag ihr Bescheid. Bonjour. Wie geht's? Gut, aber ich bin auch nervös. Wir haben Neuigkeiten. Wir haben interessante Dinge gefunden. Ich teile meinen Bildschirm und zeige dir alles der Reihe nach. Wir haben uns Daryls Instagram-Profil näher angeschaut und es sieht so aus, als sei der Mann auf den Fotos auch der Mann, der die Zeichnungen macht. Okay. Wir wollten natürlich sofort mehr über ihn herausfinden. Dafür haben wir als erstes geprüft, ob das wirklich sein Vater ist. Also haben wir den Namen seines Dads bei Google eingegeben und sein Facebook-Profil gefunden. Dann wollten wir wissen, ob er mit seinem Sohn befreundet ist. Wir haben seine Freundesliste nach Daryl durchsucht und tatsächlich ein Profil gefunden. Du dachtest ja, er hätte kein Facebook. Ja. Das muss aber sein Profil sein, denn man sieht eindeutig dieselben Bilder wie bei Instagram. Es ist doch seltsam, dass du nichts von der Seite weißt, wenn er sie doch nutzt. Stimmt. Schräg. Erkennst du ihn und seine Art in diesen Posts wieder? Also, wenn ich das hier lese, würde ich nicht denken, dass Daryl das geschrieben hat. Hier schreibt er ganz anders und auch auf Instagram postet er sowas nicht. Das ist ziemlich vulgär. Man weiß nicht recht, was man davon halten soll. Wir haben ihm jedenfalls auf Facebook geschrieben, aber noch keine Antwort erhalten. Dann fiel uns diese Nachricht ein, die du bekommen hast. Ja. Angeblich von seiner Schwester, wie Daryl sagte. Ja. Candice, nicht wahr? Auf der Insta-Seite, von der sie dir die Nachricht mit dem Link geschickt hat, gibt es ein Video von Daryl beim Zeichnen. Die beiden scheinen sich also zu kennen. Wenn er nun also doch echt ist und nicht lügt, könnten wir ihm ja auch einfach eine Nachricht schreiben. Das haben wir getan. Und wir bekamen praktisch sofort eine Antwort, nämlich, hier ist Candice, Daryls Schwester. Was? Seltsam. Oh mein Gott. Ich hab gefragt, ob sie mit uns zoomt und sie hat sich tatsächlich unseren Fragen gestellt. Was? Warum antwortest du auf Daryls Nachrichten? Aha. Da kam erstmal gar nichts und dann eine verschwurbelte Erklärung, dass sie für das ganze Business mit Daryls Kunst zuständig wäre. Dass er oft über Instagram angefragt wird und sie das alles für ihn erledigen würde. Hm. Okay. Schreck. Dann haben wir sie darauf angesprochen, dass sie dir diese Nachricht geschickt hat und sie meinte, sie hätte dir nie geschrieben. Ich sagte, die Nachricht kam aber von deinem Account und sie meinte, der wurde gehackt. Ich kam nicht mehr rein. Wie abwegig. Das war alles ziemlich abwegig. Aber das krasseste war für mich, dass sie mitten im Gespräch einfach offline ging. Schwupps weg war sie. Wir wussten erst gar nicht, was los war. Aber sie kam nicht wieder rein und auch kein Rückruf. Sie hat uns nur nochmal geschrieben. Sie meinte, sie spricht mit Daryl und meldet sich. Ich sag's nur ungern, aber es kann sein, dass du mit Candace Kontakt hattest. Wow, okay. Das überrascht mich jetzt. Vielleicht weiß Daryl gar nichts von dem Instagram-Profil. Vielleicht hat sie das erstellt und sich die ganze Zeit darum gekümmert. Und er hat nur ein Facebook-Profil. Und Daryls Player-Postings dort sind so anders, weil die nicht von Candace sind. Dazu kommt, dass ihr nie telefoniert oder Video-Chattet. Für mich legt das nahe, dass er anders aussieht als auf den Fotos oder anders klingt, als man es erwarten würde. Wenn man nun davon ausgeht, dass wirklich Candace dahinter steckt, trifft beides exakt auf sie zu, was erklären würde, dass es nicht mal einen Anruf gab. Das ist alles merkwürdig. Ich wusste nicht, dass sie Zugang zu seinem Profil hat. Das ist alles so verwirrend. Die große Frage ist, ob ich immer mit ihr gechattet habe. Das geht jetzt schon so lang und ich habe tiefe Gefühle entwickelt. Wenn ich daran denke, was ich ihm alles geschrieben habe, und dann saß da vielleicht wirklich Candace am anderen Ende. Wie schrecklich. Geht's? Ich bin so durcheinander. Dass seine Schwester sein Instagram-Profil nutzt, das ändert für mich einfach alles. Ja. Die Frage ist, ob ich immer mit ihr geschrieben habe. Für euch ist das eindeutig Candace, aber ich dachte nun mal, dass ich mit Daryl rede. Klar. Ich bin echt sauer und will wissen, was das sollte. Alles, was wir bis jetzt rausgefunden haben, deutet darauf hin, dass du mit Candace Kontakt hattest. Aber im Moment kommen wir leider nicht weiter. Und wenn Candace wirklich hinter allem steckt, bleibt noch die Frage nach ihren Beweggründen. Ja. Die erfahren wir allerdings nur von Candace selbst. Aber gestern hat sie auch bereitwillig mit uns geredet. Ich schreibe Daryls Insta-Profil nochmal. Hi, ist da jemand? Die Gespräche, die wir in all der Zeit hatten. Wir haben uns gesagt, dass wir heiraten würden, wenn wir in derselben Stadt leben würden. Wenn ich daran denke, dass ich diese Unterhaltungen mit Candace hatte. Oh, eine Antwort. Ja. Daryl oder Candace? Wer schreibt da? Ich sag, es ist Candace. Sehr schnell. Na bitte. Ich wusste es! Warum antwortet sie denn immer? Noch ein Hinweis darauf, dass Candace Daryl war. Lass mich raten, Daryl hat keine Lust, im Fernsehen aufzutauchen. War ja klar. Was hat er gesagt? Jetzt mach schon. Er hat Bammel. Ist das schwer. Verständlich. Würde er heute mit uns reden? April ist unter... Du kannst sicher verstehen, dass April ziemlich verwirrt ist. Es wäre also super, wenn wir die ganze Geschichte klären könnten. Und wenn heute nicht Daryl auftaucht, würdest du weiter mit dieser Person Kontakt haben wollen? Das geht jetzt schon so lang und wir empfinden etwas füreinander. Ich wüsste nicht, warum er sich nicht melden sollte. Ja. Siehst du das? Ja. Was denn jetzt noch? Was? Sie hat aufgehört. Ja. Ich schwitze. Ganz ehrlich, ich werde gleich verrückt hier. Klar. Ich habe so viel erfahren, mit dem ich nicht gerechnet hatte. Mir dreht sich alles. Falls es Candace ist, muss sie das erklären. Ja. Daryl auch, wenn er davon wusste. Oh ja. Tja. Noch nichts. Ich schwitze. Ich werde gleich verrückt hier. Daryl! Hey. Ja, äh, hey. Herzlich willkommen. Was geht? Ich glaube nicht. April, endlich. Moment mal. Wir sind alle etwas verwirrt. Du bist wirklich du? Na klar. Warum antwortet Candace dann auf deine Nachrichten? Ach, das. Ja, das. Warum also? Sie kümmert sich um meine Zeichnung. Sie kümmert sich? Ja, sie legt die Preise fest und so. Das macht sie alles über mein Profil. Aber sie ist immer eingeloggt. Weil ich vor Weihnachten immer super viel zu tun habe, bleibt sie im November und Dezember permanent eingeloggt, um sich um neue Aufträge und die Abwicklung von Verkäufen zu kümmern. Aber die Nachrichten von April sind absolut tabu für sie. Da antworte nur ich. Sie hat gesehen, wie oft ich sie gezeichnet habe und sie weiß, dass das nur April und mich was angeht. Du hast Candace also gesagt, wenn April schreibt, antworte ihr nicht? Genau. Aber du verstehst unser Problem doch. Wir haben dir geschrieben und Candace hat geantwortet. Da kam der Verdacht auf, April hätte die ganze Zeit mit deiner Schwester Kontakt gehabt. Nee, das war ich. Und was war mit der Insta-Message von Candace an April, von der du meintest, sie soll sie ignorieren? Weil ihre Seite gehackt worden ist und dann an alle möglichen Leute irgendwelche Nachrichten geschickt wurden. Es war ein Link zu einer von Candace erstellten Facebook-Gruppe. Die Seite wurde auch gehackt. Sie kann sich nicht mehr einloggen, musste auch ein neues Facebook-Profil anlegen. Das heißt also, dass du der Einzige bist, mit dem April über dein Instagram-Profil kommuniziert hat? Absolut, ja. Woher weißt du, dass Candace ihr nie geschrieben hat? Mir hat sie auch geantwortet. Ich vertraue ihr. Das macht sie nicht. Und wenn, hätte ich das sofort gestoppt. Okay. Außerdem bin ich der Erste, der ihre Nachrichten sieht. Wenn sie mir schreibt, lese ich das sofort. Das war immer ich. Okay. Das freut mich zu hören. Aber wenn sie die ganze Zeit nur mit dir geschrieben hat, warum hast du ihr nie deine Nummer gegeben? Warum willst du nicht videochatten? Was sind deine Gründe dafür? Ich dachte, das will sie nicht. Ich wusste nicht, ob sie mich überhaupt mag. Ich habe sie zwar gezeichnet, aber das heißt ja nichts. So viele Typen rennen ihr nach, weil sie der Hammer ist. Da wollte ich mich mit meiner Kunst ein bisschen abheben. Und das hat ja auch geklappt. Ihr seid jetzt vier Jahre befreundet und ich glaube, sie hat doch sehr deutlich gemacht, dass sie es durchaus gerne hätte, wenn ihr mehr als Freunde wärt. Ja, darum bin ich hier. Wir wissen, dass du ein Facebook-Profil hast, ihr aber nicht befreundet seid. Stimmt. Warum nicht? Ich wollte nicht aufdringlich sein oder wie ein Stalker rüberkommen. Mich interessiert was anderes. Auf deiner Seite tauchen viele Zeichnungen von verschiedenen Frauen auf. Nicht mehr. Warum? Ihretwegen. Ich glaube, April platzt gleich vor Freude. Und du siehst auch sehr happy aus. Aber ihr wird beide ziemlich angespannt, also lasst es ruhig raus. Ich glaube, ich stehe unter Schock. Darum habe ich seit fünf Minuten nichts mehr gesagt. Ich will nur sie. Was magst du an ihr? Sie motiviert mich total. Und sie ist traumhaft schön. Was hat dich dann so lange zurückgehalten? Hier gab es ziemlich viel Stress. Ich hatte Geldsorgen, weil wegen Corona kaum Arbeit reinkam. Dieser Lockdown hat mich schwer mitgenommen und ich wurde etwas depressiv. Zugegeben, das letzte Jahr war nicht die beste Zeit, um jemanden zu treffen. Noch dazu, wenn er oder sie weit weg in einem anderen Land lebt. Aber ich finde es völlig unverständlich, warum du dann nicht wenigstens mit ihr telefoniert hast. Oder ihr deine Nummer gegeben hast, damit ihr wenigstens texten könnt. Ich wollte ja, aber ich dachte, sie will das nicht. Also habe ich nicht gefragt. Okay, bevor wir euch etwas Privatsphäre geben, habe ich ein paar Fragen. Ich spreche mit dir, Daryl, und Kami mit April. Gut. Okay. Männer raus. Wie geht's dir jetzt? Ich bin sprachlos. Ich hätte fast geweint, als sein Fenster aufkloppte. Das hatte ich nicht erwartet. Und er steht auf dich. Als ich ihn sah, wusste ich nicht, was ich sagen soll. Mein Gehirn war... Du hast immer nur so gemacht. ...und tief durchgeatmet, damit da wieder Sauerstoff reinkommt. Er soll wieder dabei sein. Ich verstehe schon, ich bin jetzt nicht der richtige Gesprächspartner. Ich bin so aufgeregt. Hey. Na, das ist doch super. Absolut. Ich muss nochmal auf eine Sache eingehen. Ihr habt euch so lange fast täglich geschrieben. Sie hat offensichtlich mit dir geflirtet. Und du willst nicht gemerkt haben, dass diese Frau auf dich abfährt? Sie meinte, du wärst ihr ausgewichen, hättest sie quasi weggestoßen. Das wirkt auf mich, als gäbe es da etwas, das du uns nicht sagst. Und um das klarzustellen, du sollst auf keinen Fall glauben, du müsstest ihr bestimmte Dinge sagen, wenn du sie nicht wirklich magst. Und das verstehe ich, denn ich habe sie weggestoßen. Warum? Ich habe sie weggestoßen. Warum? Ich bin sehr schüchtern. Noch vor ein paar Jahren konnte ich Leuten nicht mal in die Augen sehen, so schüchtern war ich. Dazu bin ich sehr selbstkritisch. Hattest du in letzter Zeit eine ernste Beziehung? Nein, ich habe noch nie ein Mädchen geküsst. Dann warst du auch noch nie verliebt? Noch nicht. Hast du mal irgendwas versucht oder ergibt sich da einfach nichts? Es gab sicher schon Gelegenheiten. Ich habe nur nicht zugegriffen. Weil du schüchtern und unsicher bist? Ganz genau. Frauen anzusprechen und ein Interesse zu bekunden, damit hast du also nicht sehr viel Erfahrung. Null Erfahrung, außer April. Ich mag sie sehr. Und sie meinte, sie steht auch total auf dich. Was? Ist dir das neu? Ich hatte keinen Schimmer. Jetzt verstehe ich alles. Aber ist doch toll. Und wie? Kommst du damit klar? Auf jeden, darum bin ich hier. Und bist du bereit, sie offiziell um ein Date zu bitten? Absolut. Sie hatte sehr gehofft, dass sich zwischen euch mehr entwickelt, insofern... Ich hatte keine Ahnung. Schon klar, das wusstest du nicht. Aber das ist die Wahrheit. Und April ist eine schöne junge Frau. Und wenn du ihr nicht zeigst, dass du es ernst meinst, wird sie sich anderweitig umsehen. Du hast hier eine echte Chance. Also nutze sie. Das mache ich. Ja. Cool. Willst du allein mit dir reden? Ja. Ich hole sie wieder rein. Okay. Hallo nochmal. Es wird Zeit, dass ihr mal allein redet. April, sag Bescheid, wenn ihr durch seid. Okay. Na dann. Bis gleich. Na du. Hallo. Hey. Das ist total schräg. Ich kann nicht glauben, dass ich dich hier vor mir sehe. Als du aufplopptest, hätte ich fast geheult. Ich auch. Weil ich so froh war. Ja, ich bin gerade auch so glücklich. Selbst wenn ich kurz vor einer Panikattacke stehe. Aber das ist ja genau das Ding. Eigentlich bin ich nämlich auch total unsicher. Nach außen hin präsentiere ich mich als diese selbstsichere Frau. Aber in Wirklichkeit habe ich auch Komplexe. Ich weiß, ich poste diese schönen Fotos von mir, aber darauf sieht man ja nicht alles. Die sind bearbeitet und die Posen sind alle ganz bewusst gewählt. Ich weiß, aber das ist egal. Du bist einfach super heiß. Weißt du, ich hatte mein ganzes Leben lang das Gefühl, von den Männern, mit denen ich zu tun hatte, nicht anerkannt und gewürdigt zu werden. Es geht immer sofort um Sex und ansonsten haben sie keinen Respekt. Ich bin anders und ich war immer Single und nicht verletzt zu werden. Nie eine Freundin? Und nie geküsst. Krass. Aber warum? Bis vor zwei Jahren war ich daran auch nicht interessiert. Aber bei dir dachte ich, die soll meine erste Freundin sein. Erstes Date, erster Kuss. Ich weiß auch nicht. Du motivierst und inspirierst mich. Da ist so eine aufregende Spannung zwischen uns. Jedes Mal, wenn ich dir eine Nachricht schicke, werde ich total nervös, weil ich all diese Gefühle habe. Du hast mir total den Kopf verdreht. Oh Mann. Ich bin echt sprachlos. Ich war von Anfang an verliebt. Ich war vorher noch nie verliebt und wenn ich dich sehe, fühle ich etwas, das ich noch nie gefühlt habe. Es kann nur Liebe sein. Oh mein Gott. Ich bin echt falsch. Ich freue mich gerade. Ich kann mein Glück auch nicht fassen. Oh Mann. Okay. Ich hole sie mal lieber zurück, bevor... Wie lief's? Alles hübsch? Ja, alles ist gut. Es ist so toll. Ich kann immer noch nicht glauben, dass es nicht Candace war. Wir lagen falsch, Nief. Es kommt bei Catfish wirklich nicht oft vor. Darum freuen wir uns umso mehr. Und damit das auch was wird, möchte ich, dass wir jetzt gemeinsam einen Schritt in eure Zukunft tun. Also, würdet ihr jetzt bitte endlich eure Handynummern austauschen? Bitte. Jetzt? Schieß los. Angekommen. Hier auch. Super, wir haben Telefonkontakt. Ich freue mich riesig, dass das gut ausgegangen ist. Ich finde, ihr habt viel gemeinsam und Freundschaft und Respekt sind eine gute Basis für eine richtige Beziehung. Mir bleibt nichts mehr zu sagen. Also, packt das Leben und dann viel Glück und Spaß dabei. Wer besucht wen zuerst? Daryl, fliegst du nach Montreal oder was ist jetzt der Plan? Schon weg. Du willst zu ihr fliegen? Ja. Ich habe noch massig Bonusmeilen. Sag wann und ich besorge dir im Flug. Heute. Sofort. Ich danke euch für alles. Okay, wir gehen. Ja. Ciao. Macht's gut. Seitdem telefonieren und Videochatten April und Daryl jeden Tag. April hat das Gefühl zu träumen und wartet immer noch, dass sie jemand weckt. Daryl schaut jeden Tag nach, ob er endlich nach Kanada reisen darf. Sie können es nicht erwarten, sich endlich in die Arme zu nehmen. Ich ist mir dabei, dass es schon mal echt� drin hin. Ver恩.